So ihr Lieben, auch heute geht's weiter in einem lustigen kleinen Streamchen oder mit einem lustigen kleinen Streamchen und der lieben Goffi. Wir spielen wieder Remnant from the Ashes. Das Spiel, in dem wir beide total wissen die ganze Zeit, worum es überhaupt geht, was wir machen müssen und wo wir jetzt hinlaufen und wie die Story sowieso abläuft und so. Naja, wir sehen uns jetzt gleich, ja? Jetzt gleich geht's los, ja? Ich schalte das jetzt frei, wenn ich wahrscheinlich noch im Discord mit der Goffi rede und wir uns jetzt entscheiden, dass es jetzt so jetzt losgeht. Also wir sehen uns jetzt gleich, ne? Auf Twitch. Bis gleich. Tschüss.